Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit den Dünner Buben und das ist mir zu laut mach mal ausdrücken auf die Ausklopft genau und wenn wir uns doppelt genau jetzt sind die Dünner Buben Boys von der Lande Italia und der jetzt haben wir hier viel Spaß mit der AK12 und ich nehme die RW1 und dazu habe ich mein Outfit hier und dabei ist auch der Nikas so und er benutzt die AK12 und dazu keine weitere Hälfte die Ball den Ballbootster so und letztens machen wir Spielsum so jetzt spielen wir hier was wird zu spielen das sind jetzt Herrschaft Herrschaft oder Team Können auch Herrschaft spielen war geil mit den Exo-Fähigkeiten achso Nikas du hast keine Granaten gerade drin du hast hier Exo-Fähigkeiten habe ich so eingestellt habe ich hier aufgenommen auch keine Granaten gibt es hier sehr viel ja das sind aber das ist kein sehr viel wie du es kennst sondern das ist so das ist eine Granate und die auf jede Berührung explodiert und die müsste dann zu nehmen und auf den beiden Testen hier habe ich Tempo aufgelegt und hier habe ich Unsichtbarkeit also Tarnung wo ist Unsichtbarkeit hier oben oder da musst du gucken steht bei der Uni in der Leiste aber hier ist Rangzoomen und hier ist Schließen ganz normal ok wie mache ich diesen Doppelsprung ähm x x und dann dann bist du halt in der Luft und der Kasse noch so ähm so reindrücken und dann nach vorn und dann mach's nochmal so ein Exo-Fähigkeiten aber mit dem Tempo wenn du das aktivierst kommst du besser auf höhere Orte und so weil dann bist du wenn ich so mache dann springt der nur einmal hoch und dann nochmal hoch aber wenn ich so mache dann spring ich ganz hoch ok und hiermit wenn du nach vorne drückst und in den Kreis hängt dann macht er so einen Boost nach vorne oder du kannst ihn natürlich auch hinlegen und hinsetzen ok ich weiß gar nicht was meine Klasse hier ist ich nehme die B1 äh ich nehme mal die King wenn ich will die mal ah die Web kann ich oh die Grafik ist so kacke gerade ich hätte eine Farbfilter entstellen müssen oh ich habe nicht mal Schöpfen haben wir Drohne? nein das machen wir nicht ich muss erst King ähm ja auch ja auch also wie sie geschützt gegen System Hex habe ich eingestellt äh der Unrecht ist funktionieren immer und unsere Fähigkeiten kann man nicht mal einen Gegner ansehen Klapp ein gut Alter ne ich muss den Farb für Deutschland das geht ja gar nicht äh wie wollt's so ne Pimplefekt Farb für damit ist schon drüben ach dann da muss ich nachher nicht sagen da muss ich nachher die Einstellung nehmen da muss ich nachher die Einstellung nehmen du hast ne Drohne das weißt du ich hab keine äh nein ich meine ach so wie ach so wie allgemein hier das kannst du auch dann drückst auf 4 und dann kannst du selbst noch eine Rakete steuern von den Typen so schieß ich da hin so schieß ich da hin wuuu wuuu ähm wie mach ich nochmal den Sprung und dann schnell nach vorne so ja und der war L2 oder äh L2 nein gar nicht L2 nein scheiß oh müssen wir ich bin unsichtbar naja nein da ist die Tarnung aktiviert aber du siehst dann herrlich ganz unterliegt so haben die mich abgebeutelt ja jetzt hab ich den ersten Headshot gemacht ne aber ne ich hab das Gefühl obwohl du das ja was gefunden ja ne ich sehe auch keinen Weg mehr mh aber wenn ich nicht im Wasser bin mh kein Sprung aber nicht zu weit raus schwimmen bei dem Stück so nein er wusste ja jetzt ist er da oben oh man immer diese Explosion allgemein ich mag allgemein die Map nicht weil die immer weil die ist so unübersichtlich so da sind die Leute alle gestorben weil es so groß ist so mein Lieblingsmetz ist ja diese um ihm wäre es nicht diese scheiß.de aus das denn bei Papieren konnte die auch Steuercreuz okay aber nein es wird doch sehen aber hier etwas ob die Hilfe bekommen da steht doch alles an der Ecke das sehe ich aber nicht 450 kriegst die Drohne das heißt aber 2 die 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 genau ich schlage auf ihn ein und auf einmal ist er weg ich bin mal im Wasser mh oh scheiß Bummschlag auch mal und k für mich sie haben und die übernehmen Kart hat eine eigene was für eine Waffe ich habe aufklären Kannst du müssen, kannst du rumfliegen und kannst du die Gegner markieren und brennen. Du hast aber Drohne aus. Ich hab Drohne. Ja dann hau raus Digga! Mann! Jetzt leg ich mich hin, tarne mich und aktiviere jetzt das Ding hier. Siehst du hier Nika, so sieht das aus hier. Okay, das freu ich nicht. Ihr habt Vorredung. Schieß raus, pass auf das ist geändert. Ne, kein Gegner, weil die holen sie nicht oft hier. Die werden immer vor dir geschickt. Da, genau da. Sag nicht, die deine eigenen Vorrede haben dich markiert. Ey, ich weiß ja, ich wissen, dass die mich hier klingen können. Äh, die, das dies auch eine Markierung. Jetzt hat er ausgelaufen. Hey, ich hab mich getötetet. Hey, cool, ich hab auch einen Dings. Ich schick dir jetzt hier runter. Ey, ich hab so einen Luftabwehrdienst. Mensch, hoffentlich kommt nicht aus der Richtung, die kommt von dort. So, da ist sie. Und was hat System Hack? Geil! Ich kann ihre Exos und Fähigkeiten ausschalten. Schön, das Ding. So, als jetzt kriegen sie den System Hack? Yes. Jetzt haben wir leichtes Spiel. So, ich aktiviere jetzt meinen... Oh, ne, vorbei ist. Ey, so. Haltzeig! Haltzeig! Wuuuh! War noch gar nicht schlecht. Nein. Spielt sie eigentlich relativ lustig, so wahr? Auf HDMI ist natürlich noch eine bessere Grafik. Man sieht dann aus, alles so schärfer. Und... Geil, er hat einfach kein Leben. Einfach immer schlecht, ey. Alter, wir sind grad Attils. Ich liebe aber Sentinel. Ich bin... Ich bin... Ich bin besser... Ich bin nicht besser. Glaub ich. Nee. Ich bin... Ich bin über die. Und wenn auch... Das ist auch nicht meine Lieblings. 阱 g覆 excited. Ich bin besser als ich cama... Was bedeutet die Lieblings. Es passiert die, Jagl. Ich bin 급 yapmış. Aber ich bin ja ... Wenn aber... Kann freakfühhör zu finden. Und hier war ein klein, das war, das ist das... Happیا. Bl Surv, das war... Wasbild gespeichert. Vielen, dass... Oder sie machen. Die Luft dah либо ist eine halte, claw und Normally elite eigentlich aussit pug? Anfang der poisoning. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.